Musik Robbe hier, willkommen zurück Freunde zur neuen Folge von Dominations und es gab kürzlich ein Update, es war gar nicht mal so klein, meine Erwartungen waren schon ziemlich hoch, zumal das was die B-Zahl betrifft, war es nicht unbedingt sehr klein. Ja, was hat sich dann alles getan so im Update, wir können mal hier gucken, Posteingang, da sehen wir schon das erste Update, was eigentlich recht nice ist, hier kann man direkt zumindest als Gildenleiter, Member, Co-Leader oder was weiß ich, immer so ein paar Posts reinbringen und da steht zum Beispiel hier, unser Gildenleiter hat geschrieben, wer sieben Tage inaktiv ist, ohne eine Line zu sagen, wird aus der Allianz rausgeworfen. Ja, sowas ist eigentlich, finde ich, gar nicht schlecht, so ist die Kommunikation, wenn man vielleicht gerade keinen Line hat, doch schon recht gut, ich finde das eine nice Idee, kam aber auch wirklich einfach ein Jahr zu spät, Nexen, das hättest du viel eher machen können, das ist so eine, das war wirklich nicht viel Arbeit jetzt, Nexen, oder? Musst du doch mal zugeben. Zu dem, was aber noch geil ist, hier, wenn wir jetzt Truppen anfordern, Mist, meine angeforderten Truppen sind voll, machen wir das gleich nochmal, habe ich jetzt wahrscheinlich selber schon gesehen, aber ich möchte euch kurz nochmal zeigen, ich habe ja meine neue Aufnahmemethode, ich hoffe, die Qualität ist jetzt besser, so, schwarzes Kästchen, geh mal da weg, warum auch immer du da bist, ist auch egal, aber wir können jetzt hier zumindest sehen, Ja, das ist zumindest, was die Engine betrifft, also das ganze, das ganze Spiel soll jetzt stabiler sein, also es ist nicht mehr so oft abstürzt, und das hatten wir ja letzte Zeit recht häufig, dass bei manchen einfach im World War direkt es abgestürzt ist, bei mir ist es jetzt auch kürzlich wieder passiert, ist halt mega nervig, du greifst an, dein Angriff ist weg, wenn du Pech hast, sind sogar deine ganzen Truppen noch weg, ja, und das haben sie jetzt stabilisiert, ob es wirklich klappt, ich weiß es nicht, ich lasse mich überraschen, zudem, wie gesagt, so ein paar kleinere Änderungen noch, und ein paar Bugfixes kamen dazu, aber ansonsten war es eigentlich schon nichts Großartiges, Neues, Besonderes, zudem haben sie aber noch gesagt, dass sie, ja, ich kenne mich mit den ganzen technischen Sachen nicht unbedingt so richtig aus, aber sie wollen auf irgendein neues Programm oder irgendwas umsteigen, Unity 5 heißt es, glaube ich, das ist irgendwie so eine Plattform für Hersteller oder worauf das Spiel auch läuft, wie gesagt, ich kenne mich da nicht wirklich aus, und das würde wohl wieder ein bisschen dauern, aber dann würde es ja wieder losgehen mit den ganzen Updates, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, was dann noch kommen wird von Dexen, aber ich glaube, das dauert ein bisschen, man muss so bis zum Sommer bestimmt noch, bis sie auf dieser neuen Plattform umgeschwenkt sind, können wir mal, gehen mal hier welche raus, aber wie gesagt, ich weiß es nicht genau, zumindest geht es ja immer, ich sage ja immer, es muss vorwärts gehen, das ist das Wichtigste. Okay, letztes Mal bin ich gar nicht auf meinen Base-Layout eingegangen, aber ihr habt auch, ihr habt wieder fleißig Kommentare geschrieben, danke dafür auf jeden Fall, aber keiner ist auf meine Base auch eingegangen, das heißt zumindest schon mal, okay Robert, du hast schon mal, zumindest ist schon mal nicht schlecht, weil sonst hätte jemand geschrieben, man, guck mal, guck dir das mal an, was hast du denn da gemacht, das Ganze funktioniert doch überhaupt nicht, also keiner was Negatives geschrieben, also wenn auf YouTube keiner was Negatives schreibt, dann ist es eigentlich schon positiv, so muss man die YouTube-Community einfach sehen, obwohl ich ja immer noch der Meinung bin, dass viele, die Dominations spielen, eigentlich schon recht, zumindest glaube ich, dass recht erwachsen sind, auch wenn ein paar Jüngere dabei sind, also ich meine eher im Kopf erwachsen, es können natürlich auch jüngere Leute schon im Kopf erwachsen sein und ältere Leute sind immer noch kleine Kinder, ich meine, ich bin auch manchmal noch kleines Kind, aber man sagt so, Männer bleiben immer Kinder oder wie ist das, so jetzt labere ich aber schon die ganze Zeit wieder irgendeinen Schrott, an jeden Fall, das ist immer noch meine Base, ich muss sagen, es läuft mittlerweile eigentlich ganz gut, ich werde von den ganzen Kleinen andauernd angegriffen, andauernd, okay, sagen wir mal jetzt, der mal ausgenommen, das war wirklich echt mal selten, der mir auch nicht wirklich viel, wieso kann ich, ach schade, ich kann es nicht angucken, das hätte ich mir jetzt gerne angeguckt, weil der hat nur zwei Sterne geholt und die Truppen sind gar nicht, Alter, wie viel Artillerie hat der denn benutzt, acht Artillerie benutzt und guck, also wenn ich mir die Truppenzusammenstellung anschaue, ist das eine geile Truppenzusammenstellung und er hat nur zwei Sterne geholt, das ist scheiße, wieso kann ich das jetzt nicht angucken, schade, Update war lag dazwischen, ja, aber hier immer die Kleinen, da greift mich sonst gar nichts mehr an, Inga hatte geschrieben, das liegt momentan an dem Event mit den Elefanten, weil die Kleineren, für die Kleineren ist das natürlich, was ich hier auf Lage habe, mega viel und die Snipern, meistens kommen sie von hier, fast immer, von hier Snipern das weg und sterben dann, ja, mir soll es recht sein, da haben sie halt ihre 10.000 Loot irgendwas, das ist ja für die mega viel, für mich ist das ja irgendwie gar nichts, 10.000 Loot ist ja, das war früher mal viel, aber momentan 10.000, also selbst 100.000, ist nicht viel, eine Million ist schon ganz okay, aber ist auch nicht mehr viel wirklich, ist auch nicht mehr wirklich viel, okay, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall gleich noch einen Angriff, aber lasst mich kurz in eure Kommentare schauen, was ihr noch so alles geschrieben habt, genau, ich hatte ja letztes Mal noch einen Flugzeugangriff gemacht und ich könnte eigentlich, komm, ich kürze das jetzt mit Kronenab, die 5 gönne ich mir, und ich hatte mich ja gewundert, warum das Flugzeug, das kommt ja immer aus der Seite, die am nahesten dran ist, also wenn ich das Flugzeug natürlich ganz unten hinsetze, kommt es von ganz unten, und kürzlich ist es ja von oben weiter gekommen, obwohl links direkt der Wald war, und da hatte ich mich ja extrem gewundert, und da hatte, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, ihr habt mir so viel geschrieben, sorry, wenn ich jetzt den Namen gerade nicht auf die Stelle sehe, aber, dass halt diese Wälder, die dazwischen hängen, oh, der sieht doch nice aus, was hat der für eine Base schon wieder, die Wälder, die dazwischen hängen, diese zum Beispiel, die zählen nicht, das heißt, das hier ist der Rand, das hier ist der Rand, und daran wird das gemessen, genauso wie hier, das hier oben ist der Rand, deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen, so, es hat da hier 3 Mörser, aber ich will nochmal mein Flugzeug, ich will jetzt wieder mit den Flugzeugen, jetzt muss ich aufpassen, hier mit der Maus, dass ich hier nicht aus irgendwas klicke, ich würde sagen, erstmal geht der General vor, und jetzt bitte haut mal schnell das Teil weg, haut es weg, oh, da kommt Reiter, schnell, oh, schnell, 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 haut das Fußvolk weg, nice, klappt, 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 man hat schon wieder so viel zu tun jetzt im World Bar, jetzt muss ich erstmal wieder hochscrollen, scroll hoch, scroll hoch, okay, danke, hat funktioniert, und jetzt müsste ich eigentlich versammeln, Flugzeug will ich noch gar nicht setzen, kommt mal hier hin, kommt mal hier hin, äh, Flugzeug, Flugzeug, oh, was, was macht denn die da unten jetzt schon wieder, okay, aber egal, wenn die sich verstreuen, ist auch nicht so schlimm, okay, kann man machen, oh, da geht er gleich schon drauf, ey, wie schon wieder den Tod schicken, Robbe, easy, man, wie gesagt, mega verstreut, ey, was soll das, kommt doch einfach hier hoch, die Tauer sind aber gleich weg, kann ich denn, wenn ich ihn jetzt von hier, müsste er da von da kommen, jawohl, er kommt von da, ah, der eine Tauer schießt trotzdem, ne, oh, shit, ey, ich verkonzentriere mich immer in letzter Zeit nur noch auf die Flugzeug, oh, ist fast down, aber einmal geht noch, würde ich sagen, aber nicht, wenn da ein Tauer steht, Sound ist gerade etwas schlecht, sorry, aber, okay, wir machen erstmal weiter, ich bin ganz schön weit oben gerade rausgezoomt, das ist krass, können wir etwas näher, kann ich noch etwas näher, bitte, der neuen Aufnahmetechnik klappt irgendwie noch nicht ganz so hervorragend, aber okay, machen wir weiter, jetzt sieht es ja noch sehr gut aus, so, ich könnte eigentlich mal hier drauf schicken, go, go, jawohl, das klappt ja auch hervorragend, das ist nice, vor allem, wenn hier nichts mehr in der Nähe ist, geh weg da, wo fliegst du hin, da habe ich dich gar nicht drauf geschickt auf das Ding, gleich geht er wieder drauf, okay, kommt mal in die Mitte, kommt mal in die Mitte, ich will jetzt hier den Mörser kaputt hauen, so, haut man da durch, haut durch, haut durch, ah, vielleicht kann ich, warte mal, warte mal, oh, nee, da unten ist ein Tower, da unten ist ein Tower, das will ich nicht, oder, komm, ich lasse es mal hier drauf gehen, einfach mal so, flieg zurück, flieg zurück, flieg zurück, wie weit fliegst du denn noch bitte, ja, selbst schuld, also, er wollte den Tod doch, er sollte doch nur da hinfliegen, sonst nirgendwo, oh man, das war ein Kamikaze-Flieger, okay, aber die Base ist platt, die Base ist platt, aber auf jeden Fall, das ist echt schwierig, das ist echt schwierig mit den Flugzeugen, also, die gehen oft drauf, also, eigentlich hätte ich ihn gar nicht mehr losschicken dürfen jetzt, das war natürlich eigentlich nur aus Fun, um zu probieren, wo sind die Grenzen, wo kann ich ihn noch schicken, wo nicht, im World War, das ist natürlich viel wichtiger, aber, okay, hier, es ist jetzt egal, diese 200 Colter, die hücken mich dann auch nicht mehr, den Rest brauche ich gar nicht setzen, ich glaube, ich könnte gleich nochmal, komm, geht mal jetzt auf den Tower hier, die streuen aber auch irgendwie gerade extrem, trug mal, ich das Gefühl, irgendwie streuen die gerade extrem, guck mal ein bisschen, alle Wohnungsgebäude, mit dem Zoom, ich glaube, ich nehme doch wieder mit dem Tablet auf, aber da habe ich immer Schiss, dass die Aufnahme wieder abstürzt, aber so geht es eigentlich von der, würde ich es mal sagen, wo der Sound auch wieder ein bisschen abgefuckt ist, okay, aber wir haben es alles geschafft, 100% komplett Loot abgeholt, gegen Neo, ja, der Loot war gut, ein Flugzeug wieder drauf und eine Kanone, das ist okay, das ist zwar kraftbar, das ist, das ist, das ist nicht so schlimm, das klappt, das ist gut, aber, warum wir nicht so gierig wären mit dem Flugzeug, lasst es auch mal erleben, der Pilot möchte auch mal nach Hause kommen, das ist eine Familie, ja, aber selbst schuld, wenn er da so weit wegfliegt, der hätte einfach, der hätte einfach hier vom Rand, von hier kommen müssen, dann hätte er hier drauf schießen, dann direkt die Kurve machen müssen, nein, fliegt erstmal komplett, richtig, der wollte doch wahrscheinlich hinten, mal gucken, was da hinten so los ist, hat er mit seinem Leben bezahlt, okay, wie gesagt, ihr könnt dann mal eure Meinung zum Baseout da lassen, und einige haben schon wieder gefragt, was ist jetzt mit dem Loot, ich glaube, da Kolossus war es, also bis Sonntag, bis, ich glaube, ich lade das Video jetzt am Wochenende hoch, also bis Sonntag, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, ladet euer größtes Loot-Video hoch, beziehungsweise, was heißt Video, ein Bild reicht mir, also ein Loot-Bild, ladet euer Bild hoch, entweder hier aus den Angriffen, wie gesagt, zum Beispiel einfach das hier, oder ihr klickt die Wiederholung und zeigt dann nachher die Gesamtergebnisse, ist eigentlich relativ egal, es ging mir ja darum, was für ein Loot, welcher größtmögliche Loot ist in diesem Spiel möglich, also ob ihr jetzt ganz viel Gold gesammelt habt, das könnt ihr schicken, wenn da keine Nahrung dabei war, ist egal, oder ihr könnt auch ein Bild schicken, wo ihr komplett, keine Ahnung, über eine Million bekommen habt, und ich sage euch, die Messlatte ist schon recht hoch, also alles unter 500.000 pro Ressource fällt schon weg, da braucht ihr nichts mehr posten, aber wenn ihr vielleicht noch irgendwas altes, irgendwo flippt auf dem Handy, noch irgendeinen Screenshot, den ihr damals gemacht habt, dann schickt mir den, robbelpp.yahoo.de, oder hier in Line, oder bei Facebook, oder was weiß ich, ihr werdet schon irgendeine Möglichkeit finden, und dann werde ich auf jeden Fall nächste Woche, ja, ich glaube, die Top 3 vorstellen, die Top 3 stelle ich dann vor, ich bin gespannt, und es waren schon echt knaller, knaller Loot dabei, es war, einer hat mir auch ein Bild geschickt, wo er nur ganz wenige Truppen eingesetzt hat, aber extrem viel Loot bekommen hat, das glaube ich ist so, es kommt zwar nicht in den Top 3, aber es ist trotzdem auch nice zu sehen, einfach wenn man einfach nur so ein paar Truppen einsetzt, und es kommt trotzdem extrem viel Loot bei rum, das finde ich auch richtig nice. Okay, Leute, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem Update, hier mein kleiner Turmblatt noch dabei, den will ich irgendwie gar nicht upgraden, ich glaube, ich lasse den so, aber ich wollte ihn eigentlich gerne irgendwo hier hinten hinstellen, dann so schön mit Büschen drumherum und so, dass ich auch mal was fürs Auge habe, ich habe ja nie, ich achte da ja nie drauf, wie das für uns schon wieder aussieht, aber ich bin nicht so fürs Auge, ich mache es eher praktisch, es muss passen, so, als nächstes gehst du auf jeden Fall hoch, 1,6, die Mitarbeiter habe ich, ich will sagen, ich mache gleich noch einen Angriff, aber ich will jetzt nicht wieder mit Kronen abkürzen, ich haue hier immer die Kronen raus in den Videos, ich lasse es erstmal so stehen, wie gesagt, schickt mir euer Loot-Video, ich danke euch fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal, nein, 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 warte mal, warte, erstmal gucken, was hier hinten drin ist, das habt ihr mir gar nicht beantwortet, letztes Mal, in den Kommentaren, aber ich sehe es gerade selber, es geht nicht höher als 420.000, also kriegen wir nur einmal die 5%, aber das ziehe ich jetzt zurück, World War, ich glaube, ach, irgendwann muss ich so abreden, so, das geht hoch, aber es geht nicht höher, 5% ist max, es geht nicht höher, also können wir das einmal 5% bekommen und das war es dann eigentlich, so, jetzt verabschiede ich mich auch von euch, also, danke fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut Leute, ciao. Ciao.